hallo und herzlich willkommen zu einem neuen let's play das spiel heißt superhot 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 ein schöner titel wie ich finde es ist auch sehr vielversprechend ich klicke einfach schon mal auf start ja ich habe zu superhot habe ich den trailer gesehen und es wirkte recht interessant also es ist ja hier dieser zeitlupen effekt und offenbar auch nur wenn man stehen bleibt ansonsten läuft die zeit wohl ganz normal weiter und ja das gibt einem genau das was ich gerade quasi sagte ja es gibt vermutlich auch ganz nette taktische dinge je nachdem was man tun muss das ist auch schön hier so das ist alles wirklich dann bleibt einfach stehen und die zeit geht kaum weiter also was will man denn eigentlich mehr klick to take down klick der hat ordentlich eine verpassen kriegt von mir würde ich mal behaupten kill all enemies das heißt offenbar da sind noch mehr okay offenbar kommt man direkt in den nächsten level rein alle umgehauen hat ich finde auch diesen sound effekt ganz lustig wenn man gerade wieder so in die zeitlupe reinkommen hallo superhot 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 ja lassen wir das grab the gun ja man kann sich hier wirklich so ein bisschen fühlen bei matrix und das wahrscheinlich ist vielleicht auch sogar die idee so ein bisschen davon gewesen dass man das mal so ein bisschen übernimmt nicht übernimmt aber in einem spiel wunderbar umgesetzt einfach na das mich ja bitte hier das möchte bitte danke Haha, sehr schön. Und auf geht's zum nächsten Level. They keep coming. Oh! Hello! Eine Zombie ist weg. Trolling ist eine... Ja, was? Trolling? Ich wurde getrollt. Aber ernst? Muss ich da jetzt wirklich eine Kugel für verschwenden, um die Scheibe aufzumachen? So, das war auch mal... Oh! Da musste ich scheinbar wirklich jetzt gerade einfach eine Kugel für verschwenden, um die Fensterscheibe kaputt zu kriegen. So wirkt das zumindest gerade. No bullets. Hm... Nee. Oh nee. Okay. Ja, das hat richtig gut geklappt. 5... Wollen wir hier 10 umknacken? Ich glaube 10 waren es, ne? 4... Oh nee. Ich habe schon wieder keine Mungen mehr. Noch 2. Da kommt gerade wieder eine Angelegenheit. Noch einer. So. Wo ist der? Wo ist er? Wo ist er? Die Sau. Den kriegen wir doch. Huh? Hm? Woher? 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 Von da hinten irgendwo? Ah! Ah, ich hab ihn gefunden. Ja. Ja, aber jetzt sind... Das ist schon so eine... Bossfight? Bossfight? Was heißt dann jetzt bitte Bossfight? Also, ich weiß, was Bossfight ist, aber... Was heißt das für mich genau gerade? Ding, ding. Ja, bitte. Aha. Kill the CEO. Kill him. Okay. Yes. Yes. Okay. Gut. Das ist schon mal gut. You have served me well. Ja, Kollege. Now, dispose of yourself. Was? Sollte ich mich nicht gerade hier... Just walk through the window. Warum sollte ich das tun? Ich will doch einen Bossfight. Voll oder wat? Könnte ich doch nicht machen. Naja, mal gucken. Vielleicht kommt da jetzt der Bossfight. Stop. Oh, you've been a good boy. Super hot. Super hot. Super hot. Super hot. Super hot. Is this the end? Follow at Superhot the game for more. Ja, offenbar war es das tatsächlich. Ich meine, gut. Rechts unten steht ja auch Trial Version. Also, ich finde es, ganz ehrlich, ich finde es richtig gut. Das ist wirklich mal eine ganz tolle neue Sache. Und innerhalb von fünf Tagen, also es landete auf Steam, Greenlight, und innerhalb von fünf Tagen wurde so dafür gevotet, dass tatsächlich auch schon Valve jetzt den Entwickler angeschrieben hat, ob nicht vielleicht sogar auch das Ganze weiterentwickelt wird. Also, ich bin da wirklich sehr gespannt. Ich werde das auf jeden Fall auch weiter nachverfolgen. Und es ist auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend. Ansonsten bedanke ich mich bei euch recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und fürs Zuschauen. Ich bin das Eulchen und ich wünsche euch noch viel Spaß. Macht's gut. Ciao.